Ja, vielen Dank. Ich kenne mich jetzt gerade nicht aus. Ich dachte, du kriegst den Preis, aber jetzt kriege ich den Preis. Wir kriegen zwei Preise. Also ich finde es schön. Vielen Dank. Vielen Dank für den schönen Abend. Insgesamt freue ich mich sehr, hier zu sein. Vor ungefähr vier Jahren, etwas mehr, bekam ich dieses Drehbuch zu lesen. Und dann hat der Regisseur David Wagner mich angerufen, ob ich ihn treffen mag. Ich habe mit ihm ein Bier getrunken in Graz. Wir haben eine Stunde gequatscht. Eine halbe Stunde später hat er mich angerufen und hat gesagt, ich habe die Rolle. Ich dachte mir, okay, super, Kinofilm, unterfinanziert, Bundesheer, ja, okay. Und was dann gefolgt ist, waren zwei Jahre Vorbereitung und dann einen Monat Dreh. Und diese etwas mehr als zwei Jahre waren vermutlich eine der schönsten zwei Jahre in meinem Berufsleben. Das war eine Arbeit, die mich so erfüllt hat in vielerlei Hinsicht, sowohl was das Arbeiten intim betrifft, als auch inhaltlich so bereichernd war für mich, dass ich das nie und nimmer werde missen wollen. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus